Synchronicized Ich mach mal fertig fertig Rasieren muss mich heute her Ganz gemütlich heute Abend noch Werd dann heute Abend Last Stop weiterspielen Video aufnehmen Ninja Gaiden 3 werd ich weiterspielen Noch ein Video aufnehmen Rasieren Wie einer von der Palme jubeln Ich hab noch so ein älteres Playboy Heft Mit Einer Wahnsinns Tussi Eine Die für die Frau Da werd ich schwach Ja Dieter von Tiese Ah Die alte Ich glaub die macht dich kaputt im Bett Dieter von Tiese Die Frau ist schon ne Sünde wert Mit der Sogar der alte Mann nochmal herschickt Machen wir was Playboy suchen hier Hängt mal so ein Poster von Playboy mit Dieter von Tiese da hinten hin Aaaaaaaaah Saber 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 Zombie Vielleicht bin der Schweller tot. Da fliegt, da fliegt ein Flattermann rum. No, das wollte ich doch gar nicht. Ich habe aber nichts zum heilen hier. Was ist denn das? Ah, verbannt. Ablegen. What the bitch? Mal hau ab, du flatter Ding hier, du gehst mal auf die Nüsse. Hau ab, sonst hole ich ein Spray raus hier. Äh, bis ich mich wieder da reingepunst habe. In die Hand nehmen. Halten ablegen. Äh. 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 Ich möchte es doch verwenden, ja. Äh. 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 So ein Vollperrer. Du, du, du sollst nicht in den Hund nehmen, du. Ja, was das Spiel mit Nervenkusch ist, das ist nicht normal, ja. Mit der Knopf wohl nicht funktioniert, da biecht du die Mordere. Das ist ein Problem, da biecht du die Mordere. Jo, schmeiß es weg, ja. Per spüren komplett bei mir, ja. Oh zu von Du Räucher. Na 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 na. Ah, du Lutscher! Als ob Zombies jetzt schon klettern können. Ja, bin ich bekifft hier oder was? Du Rotzbeule! Als ob... Ich glaub's ja wohl nicht. Da fliegt er doch das Ei aus dem Gedärm her. Als ob hier. Ja, wo gibt's denn sowas? Ah, sowas unrealistisches. Das ist ja... Aber wenn er jetzt noch die Tür aufmacht, aber dann rascht die aus, ja. Das ist ja... Da geh mal lieber nicht rein. Raus. Hallo, Olga. Ohlgård. 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 Einer steht hinten, einer steht... Und die steht vorne. Ohlgård. 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 Was hab ich denn da? Ich hab nix. Ohlgård. 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 Aber die Tür noch zu, oder was? Du Flachzange, ja. Guck mal, da ist ja überall nicht drin. Oh, da ist ja eine Klöten hier. Da ist ja auch noch. Da ist ja auch noch. Da ist ja auch noch. Oh, coole Scholdenbrille, oder? Äh, was ist das? Arbeidstorger? Haben wir die jetzt ausgerüstet, oder nicht? Ausrüsten? Ah, danke. Wo ist unsere coole Sonnenbrille? Ah. Ah. Nee. Ah. 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 Äh, halten. Ah. 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 Sturm. Ach, leg mich doch an den Sack. Okay. Das Spiel kostet mich viel nerven, ja. Ach, leg mich doch an den Sack. Ah, da war ja schon mal drin, ne? Ah, da war ja schon mal drin. ... ... ... ... ... ... ... Irgendwie eine Waffe oder Lebensmittel wäre halt nicht schlecht bei dem Spiel. Da ist einer drin, wunderbar. Hier wird alles verschlossen sein. Ah, Schicksalhauser. Ein schickes Kerl. Ist das was? Warum ist das nichts? Ich glaube gleich die Perse her. Fool. Foolish Games. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Jeremy Spoken. Ah, ah. Hello again. Ich sag einfach nur Hello again. Wenn wir uns wiedersehen. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich sag nur Hello again. So here I am once more on my own. Zombie. 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 So here I am. I am once more in a playground of a broken heart. Where is my chicken? Where is my chicken? My Hünsche. My Ein und Alles. Die Gauch Sag. Kannst du분 выступ Maria? coffeeない, ma fr pelo satellite. � k firm. Ich höre ein Chicken. Where are you? Wenn I will, I'll chicken dinner. Aber das ist noch schön früher als... mit dem Herrn Gamers noch zusammen mit einem andern hier PUBG spielen, der war jetzt cool Upp, 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 Upp AAAAAAAGAGT Ich habe ein Chicken ausgedockt, es ist tot. Es starb im Morgenrot. Ich habe ein Chicken ausgedockt, es ist tot. Ich bin ein bisschen Müll rumwühlen. Ich bin der uninvited guest. Ja, kleiner Mann, da komm mal nicht rüber hier, oder? Aber zum Thema GTA 5 nochmal zurückzukommen. Ich bin der Meinung, das GTA 6 wird nie rauskommen, solange die Leute weiter so viel Geld in das Spiel investieren, überteuerte Preise bezahlen. So wie ich das mitbekommen habe, haben sie ja schon aufgerufen auf Twitter etc., dass die Leute nichts mehr kaufen sollen, wenn sie GTA 6 spielen wollen. Weil vorher werden die Spiele nie rauskommen. Solange die Leute noch so viel Kohle da rein investieren, wird sich Rockstar denken, wir sind doch nicht begluckt, oder? Wir werden doch so eine riesige Einnahmequelle nicht hier opfern. No, no. A la, was sagt uns das? Nicht motzen, wenn es nicht rauskommt, solange ihr weiterhin euer ganzes Taschengeld da reinpulvert, ne? No, no. Ganz einfache Milchmädchenrechnung, ne? No, no. That's it. Also behaltet euer Geld, dann kriegt ihr vielleicht irgendwas. Und dann wollen wir mal GTA 6. I don't need it, I can't play this game. Zündkerze kann man, ne mehr. Die kann ich mir dann rektal einschieben. Jo, da haben sie dem alten Mann schon wieder alles weggelootet hier. Die Matrize soll euch wegfaulen hier. Ja. In the name of Satan. In the name of Satan. Ja. 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 Er ist schon dead. Hier ist der Mark von Ork hier. Nanu, Nanu. Nanu, Nanu. Nanu, Nanu, Nanu. 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 The Old Man has a little bit here. Ermüdungserscheinung. Sauerstoff-Maglärm. Muss schon das Schiffen her, gibt's auch nicht. I'm not a student. And there is nothing for the Kleine Silly Chisikovsky Jar. Holzwand oben. Ich sehe das Holz ist. Wahrscheinlich ist das hier ein Haus von irgendeinem, das sich was hier gebaut hat, um sein Inventory zu schützen hier. Könnte ich mir jetzt so vorstellen als unwissende Male. Dass die Leute sich da was zusammengebaut haben und halt geschützt haben. Wie ich es auch machen würde, wenn ich was hätte. Dann würde ich mir auch hier so eine Onkel Toms Hütte suchen. Und... Aber ich habe halt nichts, ne? Also... I have a little bit shistering in the hand. Und... And... This is very less. Was? Was? Ich bin ein Beil. Ah... 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 Könnte mein Chiken hier verhaken, ja. Ah... 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 was habe ich wieder gedrückt das wollte er ich trinke über die falschen tasten ich lecke mich an der Nuss hier ah, der Spielnerve ja, aber heute haben wir wenigstens zwei Spiele gespielt und ich finde es eine große, große Kursche oder die Kursche die Kursche It's raining Kacka from the Himmel, da juckt mir die Rosette. Ja, ich laufe unterm Regen durch, da wird man nicht nass, oder? Ich komm, verlasset mir vor, drum adios, 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 amor. Ciao, Della 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 Maare, hang dich auf, ich hang dich auf morgen früh. Und raus dem Wald, da komme ich her. Nehmt eure Kinder und schlag sie umher. Denn ich bin krank in der Kopfe, ja. Blumenkohl am Pimmelmann. Da, 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 da. Blumenkohl am Pimmelmann. Blumenkohl am Pimmelmann. Jo, überall die Türen sind auf, da gibt es nischt für den Laden, ist laus. Tja, Kollege, du kriegst heut nix mehr. Du hast hier die sehr große Arschkarte gezogen. Verstehst du das? Die Arschkarte. Ich glaube, da muss man mal so ein bisschen Punk hören von früher. Herr, wieso kann ich eben nicht den Ding annehmen hier. Einmal ein Schund. Oh, da liegt ein Kollege. Überlebender. Ah, ich glaube, der faunt ein bisschen vor sich hin, oder, Alter? Der hat auch wahrscheinlich schon bessere Tage erlebt hier. Mein Kind. Childhood. Mein Mitblaze. Childhood. Childhood. Boxt dich, boxt dich, komm her. Schau dir so die Mütze voll. Komm, stell auf, stell auf. Stell auf, du Sau. Oh ja, ich steck da rein. Ganz tief hier. Ja. Ene mene, Miste. Wir fingern nicht, wir fisten. Na 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 Oh, sie dich noch gegau. Da 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 da. ein gürtel damit wir haben gehört dann können wir uns aufhängen wenn nichts mehr läuft wir nehmen die scheiße weil selber die hand ja was mir oft gar was ist denn was ist denn es mir oft ja wie oft gar schon keppi hier sehe ich wenigstens aus wie ein volldepp was will man mehr oder wenn man schon nicht spiegeln kann sie das sehen wir das sieht aus wie der vollhorst der ich bin ein freigänger hallo hat jemand meine mama gesehen hallo ich muss nach hause ich bin der kleine roti ich muss nach hause hallo hier wird ich geschrien hier du lurch oh ein kleid oh ich zieh mir ein kleid schon an ja jetzt das wird doch jetzt mal ähnlich oder was hat er streichhölzer ah so muss ich das alles machen wenn man beim infizierten steht ah ein kragenkleid ich bin der onkel tucker und zieh mir ein kleid schon an ah muss man aber daneben steht drückt man mal drauf und dann sieht man was da ah ich denke alles warum haben die infizierten nichts hallo jetzt wird ein schuh draus hier aus dem stiefel das sagt da ja mal wieder keiner ne danke kollegen hier ne ihr lasst mich mal wieder dumm sterben hier ja holy shit hier dann sieht man immer was in der umgebung ist ja bänger ich sag ja ich stirb dumm ich stirb echt dumm ja was willst du machen ne ich lebe ich ewig schissen besen brechstange können wir auch nehmen knochen können wir auch nehmen i am hier a little kelbe ne menschensteak essen wir lieber mal nicht ne pull over marktlos ja aber ich glaube lang mache ich nicht mehr ich bin tot mein freund der baum ist tot er starb im morgenrot feuerzeug am ars geht ne mehr nechst one kein feuerzeug mehr ich habe ich habe etwas hier hier Oh, ja. Komm lang an der elektrische Zaun hier, reißt ja das Gedärm raus hier. Oh, ja. 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 Nur, nicht nach Hause bring ich, ihr, ne? Das wärs doch, ja. Bring so ein Grufti Mädchen nach Hause, ne, was sagt dein'n Töchterchen? Papa, was hab ich da mitgebracht? Wer ist denn das? Oh, das scheint hier leicht. Das ist ein bisschen infektiv. Der radioactive storm ist gekommen. Jawohl, Rinnen-Nickel, Olga, her. Ja, wir gehen drauf in einem Wisch. Danger, danger. Wie kann ich das nehmen? Usen oder? I don't know. Dankeschön, dankeschön. I'm dead again. So here I am, now dead again. Wieso kann ich diese scheiß App nicht mehr schließen? I don't know. Das in der Mitte kommt nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das für das Scheiß mich zu... Söhle, ja. Untertitelung. BR 2018 Ich möchte es nur beenden. Steig mir doch in den Rucksack. Wir machen kurz, kannst du den mal beenden, ja. Jetzt muss ich auch noch das System stunden. Ich möchte es nur beenden. Ich möchte es nur beenden. Ich möchte es nur beenden.